Hallo ihr Lieben, heute machen wir Diamond Painting. Ich habe das bei, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube bei Fennig Pfeiffer habe ich es gesehen, da gab es so zwei Sets. Ich habe jetzt erstmal nur ein Set gemacht, aber das andere mache ich selbstverständlich auch noch. Aber ich wollte es euch zumindest schon mal zeigen, falls ihr das jetzt so als Weihnachtskarten noch verschenken wollt, glaube ich ist das eine wunderschöne Idee. Vielleicht gibt es Fennig Pfeiffer auch bei euch und ihr könnt euch das Set noch holen. Das ist jetzt, da ist so eine, also Diamond Painting heißt ja, man hat so kleine Steinchen, die man dann auf einen Untergrund klebt, der so ein bisschen leicht klebrig ist. Dadurch ist diese transparente Folie da auch auf der Karte drüber, weil natürlich sonst, wäre die nicht drüber, wäre natürlich das Klebematerial dann relativ schnell wieder weg. Also dementsprechend ist das dann dabei. In dem Set sind zwei Karten drinne und die auf dem Motiv sind immer Zahlen drauf. Jetzt bei dem Set war es jetzt von 1 bis 9, glaube ich, gewesen. Und die waren dann dementsprechend für die zwei Karten gedacht. Und ich hatte erst überlegt, ach, mache ich erst die eine Karte, habe dann aber festgestellt, ist ja blöd. Ich habe jetzt meine Farbe dann offen und habe dann also dementsprechend immer jede Farbe erstmal fertig gepaint, heißt das so, ich weiß es gar nicht. Und habe es dann auf der anderen Karte auch gleich gemacht. Die hatten ja jeweils farblich ihre Schwerpunkte woanders. Und dementsprechend habe ich das dann eben doch beide Karten gleichzeitig gemacht. Ich finde es sehr mediativ. Ich fand es sehr angenehm jetzt auch gemacht. Das sind runde Steine, das heißt, die runden Steine kleben sich ja so ein bisschen leichter. Eckige Steine, muss man immer sehr genau schauen, wo legt man sie ab. Bei den runden ist es auch bei größeren Bildern zum Beispiel halt immer ein bisschen leichter, weil da eben das Ganze ein bisschen entspannter abgelegt werden muss, weil rund ist rund. Eckig, da muss man wirklich auf die Ecken halt auch achten. Natürlich ist auch rund eine Herausforderung, aber vielleicht für einen Anfänger gar nicht so schlecht. Ich habe zu Hause auch immer noch mein großes Bild liegen. Ich bin nicht zugekommen. Ich hätte vielleicht doch wirklich viel, viel kleiner anfangen sollen. Aber wie gesagt, diese Karten finde ich jetzt so, so schön auch als Idee, dass man diese dann eben auch verschenken kann oder verschicken kann. Und dementsprechend, wie gesagt, falls ihr die Möglichkeit habt oder falls ihr das woanders seht, probiert es einfach mal aus. Ich mag es und wie gesagt, ich habe jetzt die Farben halt nach und nach abgearbeitet, habe nebenbei sehr entspannt, Hörbuch beziehungsweise. Ich hatte es versucht mit den Weihnachtsliedern, aber irgendwie habe ich mich dann doch mehr auf mein Hörbuch gefreut. Ich höre aktuell ja immer noch die Hörbücher, die ich eigentlich schon kenne oder wo ich das Buch schon gelesen habe. Aktuell bin ich mal wieder bei Twilight gelandet. Vorher habe ich eine Fantasy-Reihe gelesen, die ich unglaublich oft gehört und auch gelesen schon habe, weil ich die so schön von dem Ganzen drumherum auch mag. Das spielt so ein bisschen in Irland, wo so ein bisschen, das ursprünglich war der erste Teil, also Tochter der Wälder ist das übrigens der erste Teil, da basiert das so ein bisschen auf den sieben Schwänen, das Märchen und das hat mich damals so fasziniert und deswegen habe ich eigentlich diese Reihe angefangen. Dass mich die ganze Reihe so packen würde, hätte ich nicht gedacht und freue mich da natürlich jedes Mal drauf, wenn ich es dann wirklich wieder anfange. Und dann muss ich es natürlich auch durchhören. Also da gibt es nicht nur Teil 1 oder Teil 3, sondern es wird komplett durchgehört. Also wie gesagt, Tochter der Wälder, wer so ein bisschen auf Fantasy-Märchen-Bücher steht, der mag das bestimmt auch. Und genau. Ansonsten, während ich so pinte, erzähle ich tatsächlich einfach wieder was. Diesmal ist es ja eher so ein DIY, was nicht ganz so viel Erklärungsbedarf hat. Ich wollte es euch aber wie gesagt trotzdem zeigen. Das Tempo ist übrigens alles ein bisschen angezogen. Also nicht wundern. Und ich habe vielleicht so zwei Stunden vielleicht gebraucht. Aber ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen und habe das alles sehr viel Entspannung mir gegönnt dabei. Und ja. Ansonsten, wir sind auf dem Weg der 700 Abonnenten. Ihr glaubt es nicht. Ich freue mich gerade so mega. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwie dieses Jahr noch die 700 erreichen. Wäre natürlich Bombe. Ich würde mich mega freuen. Ist aber wie gesagt kein Muss. Aber wer sich so ein bisschen daran erinnert, ich hatte so ein Vision Board Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres gemacht. Und da hatte ich als Ziel 500 Abonnenten. Wir sind jetzt bei 700. Und ich freue mich gerade sehr drüber, als ich das so gestern auch realisiert habe. Und jetzt aktuell, wenn ich es gerade mache, bin ich bei 693 Abonnenten. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer sehr, wenn da einfach Kommentare kommen, ein Däumchen nach oben oder auch neue Abonnenten. Aber gerade jetzt auch irgendwie, ich hatte immer wieder mal Kommentare, wo sie halt wirklich mal Tipps gegeben haben. Was kann ich zum Beispiel selber noch anders machen? Was ich unglaublich wichtig finde, wie gesagt, mein Motto ist ja immer, ich zeige euch das so, wie es ist. Was schief geht. Es muss nicht immer schön sein. Es muss nicht gleich funktionieren. Aber ich will es euch zeigen, damit ihr vielleicht die Fehler nicht macht. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt. Manchmal wird es ja irgendwo gezeigt und dann teste ich es aus und denke, nee, so leicht ist das gar nicht. Bin jetzt auch keine Profi-Maus, sage ich jetzt mal, die das unbedingt so talentiert ist, sondern ich konzentriere mich wirklich auf die Techniken, die für mich halt auch wirklich möglich sind. Und ja, und dementsprechend freue ich mich natürlich auch über Tipps. Ich werde demnächst bestimmt noch mal Kerzen gießen, aufgrund dessen, weil ich da jetzt auch einen Tipp bekommen hatte, vielleicht funktioniert es. Und dann freue ich mich natürlich eben auch, wenn sich jemand noch mal erkundigt, was kann ich zum Beispiel machen, damit das dann so und so aussieht oder ähnliches. Oder dass es ihm schon geholfen hat, wie er, wenn er mein Video geschaut hat. Und das ist für mich halt schon einfach so viel wert, dass ich da jemandem was zeigen konnte, um vielleicht die eigene Technik dann noch mal zu verändern, zu verbessern vielleicht oder andere Ergebnisse zu bekommen. Gerade was das Epoxidharz angeht, zum Beispiel die Technik, da verändert sich so viel und da muss man einfach immer schauen, wie funktionieren die ganzen Möglichkeiten, um da bestimmte Effekte hinzubekommen. Ich schaue selber auch unglaublich viele DIY-Videos von unterschiedlichen Leuten und die eine ist zum Beispiel Sandra Rettich. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Falls ihr das wollt, schreibt mir mal gerne, sonst verlinke ich euch die auch gerne, wo ich immer schaue. Ich schaue auch gerne Marmelade Science. Da habe ich viel die Grundlagen-Videos geschaut, bei Sandra Rettich. Ich muss noch mal schauen, wie ich am besten mal so eine Blüten-Effekte hinbekomme. Ich habe selbst ja immer sehr dünnflüssiges Harz. Ich muss mich einfach mal aufmachen und vielleicht mir dieses Mastercast holen und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ich liebe es gerade sehr, wie es sich entwickelt und wir müssen nicht schnell und groß wachsen. Ich freue mich über jeden Einzelnen und ich habe es, glaube ich, schon ganz oft erzählt. Ich habe ja 2017 mit Musikvideos angefangen. Das hat sich relativ lange durchgezogen. Da war ich immer bei Bands, wo ich gefilmt habe. Ich habe ja oft meine Videokamera überall mit, also selbst im Alltag oder so. Und habe dann, als Corona losging, habe ich mir ein DIY-Set, damals von der Fühlbar. Die haben das jetzt leider nicht mehr so, ich finde es tatsächlich schade, weil ich die DIY-Sets jetzt unglaublich gut finde und nicht jeder sich in einem Kurs setzen möchte. Aber wie gesagt, da habe ich angefangen mit dem Seifegießen und das war mein erstes DIY-Video, was ich da hochgeladen hatte. Und das sind für mich so Erinnerungen, die ich mit diesen Videos, die ich mit euch teile, die ich für mich selber festhalte. die Musikvideos und eben halt auch die Bands, die ich unglaublich gerne schaue. Und dementsprechend ist das für mich eine ganz tolle Art, das so zu machen, wie ich es mache. Und mir macht es Spaß und ich freue mich und ich würde es total gerne viel, viel mehr machen. Aber mein Hauptjob, der nimmt mich gerade ganz doll in Beschlag. und ich mag meinen Job, ich bin gerne da, aber eben halt ist gerade ganz viel zu tun und ich hoffe, dass es nächstes Jahr einfach ein ganz kleines bisschen weniger wird. Und dann wird das schon werden. Ja, ihr seht, das Ganze wird jetzt hier schon immer ein bisschen mehr. Das Ganze nimmt Strukturen an, das DIY, also dieses Diamond Painting. und ich zeige euch selbstverständlich bis zum Schluss dann noch das Ergebnis. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne, was soll ich für euch ausprobieren? Was habt ihr zum Beispiel für eine Idee, was ich noch machen könnte? Hab natürlich ein, zwei, drei Sachen noch so im Petto, aber auch dafür muss ich mir die Muße da einfach nehmen und machen zu wollen. Und dadurch schauen wir einfach mal, wie es dann funktioniert. Ich habe jetzt eins ausprobiert, da bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich finde das Ergebnis jetzt nicht ganz so schön, aber das ist wie mit anderen Techniken, man muss es halt einfach ein bisschen üben und da hoffe ich natürlich, dass ich das irgendwann ein bisschen schöner auch hinbekomme. Aber ich will es euch natürlich zeigen. Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche machen. Und das einfach, weil ich glaube, vielleicht, wer da vielleicht auch ein Talent hat oder das ausprobieren möchte zum Verschenken, wäre dann noch Zeit, das Ganze zu machen. Und dementsprechend seid also gespannt, was dann nächste Woche kommt. Und ja, ansonsten bei uns hier in Berlin, ich komme ja aus Berlin, ich bin da ja geboren und es ist einfach meine Heimatstadt, auch wenn es immer voller wird. Es ist so heftig, wie viel Trubel irgendwo überall ist. Für mich gar nicht ganz leicht. Ich gehe damit ja sehr offen um, dass für mich ganz viele Menschen ganz schwierig sind. Aber ich bin ganz stolz. Ich war gestern bei der Weihnachtsfeier, also gestern Freitag. Also wenn ich es jetzt gerade spreche, ist Samstag. Und habe mich dem gestellt und war auch vollkommen in Ordnung, war für mich auch gut. Wir waren nicht ganz so viele, aber trotzdem genug Leute, um für mich das ein bisschen schwieriger zu machen. Aber wie gesagt, man muss sich seine Herausforderungen einfach auch mal versuchen zu stellen. Und das tue ich immer wieder auch. Ich nehme mir aber eben auch meine Pausen, um halt einfach mal nicht mich irgendwo durchkämpfen zu müssen oder dem stellen, weil das kostet immer alles Kraft und das macht man nicht immer und nebenbei. Und ja, heute Abend gehe ich weg. Da habe ich dann, also heute, wie gesagt, ist Samstag, ist immer schwierig dann auszudrücken und bin dann gespannt, wie der Auftritt ist von der Band, wo ich eigentlich, glaube ich, bisher am häufigsten war. Und dementsprechend ist das für mich immer wieder erstens eine Herausforderung, aber ich mag es halt auch sehr. Also dadurch, ich mag die Location sehr. Ich gehe immer wieder in die Hafenbad, in Tegel. Meine zweite Lieblingslocation ist die Junction Bar in Kreuzberg. und ich mag die Art, also jede Location von den beiden hat was Spezielles, was ganz Besonderes, je nachdem, was man gerade machen möchte. Hafenbad Tegel ist so ein unglaublich sympathisches Publikum in der Regel. Unglaublich sympathisches Team und leider ist der Weg für mich immer sehr, sehr weit, weil ich von einer anderen Ecke komme. Aber den Weg nehme ich in der Regel auf mich und fahre dann irgendwann nachts wieder zurück. Die Junction Bar, die hat so ein, ist ja so ein bisschen in einem Keller und die ersten Male, wo ich immer dachte, oh Gott, so dunkel, so gruselig, aber überhaupt nicht. Ich mag es da mittlerweile sehr, sehr gerne. auch ein sehr nettes Team, ob es jetzt vor allem Türsteher ist, also am Einlasser oder halt auch an der Bar. Die Inhaberin mag ich sehr gerne. Nette Frau, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wie gesagt, sehr, sehr schöne Location. Da sind oft auch Bands, die eine Richtung haben, die nicht ganz meins ist, aber wenn dort eine Band ist, die ich mag, dann bin ich selbstverständlich da immer sehr gerne dabei. Da sind immer wieder Bands, wo ich schon öfter war und die dort immer zu Gast sind und dementsprechend sind das so zwei Locations, wo man mich halt öfters findet. Und ja, so ihr seht schon, ich habe jetzt hier den zweiten, das zweite Bild gerade mit dem Schneemann. Ich hoffe, das Glitzern kommt übrigens so richtig rüber, weil diese haben ja so eine leichte Glitzeroberfläche. Für Diamanten logischerweise. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich, gerade wenn ich euch das Ergebnis dann gleich zeige, dann hoffentlich auch gut zu sehen ist. Ich hatte übrigens, ihr seht ja hier unten das Glas, ich hatte erst überlegt, ach, hebst du die Farben getrennt auf? Aber mittlerweile habe ich jetzt gedacht, warum eigentlich nicht? Mach einfach alle Farben in ein Glas. Ich werde irgendwann mal bestimmt ein ganzes Glas voller Steinchen haben. Fragt mich nicht, warum ich es mache. Vielleicht sieht es einfach schön aus dann. Und genau, aber ich habe bei der einen Farbe habe ich einfach einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich einen Part vergessen. Das heißt, ich musste die Farbe dann wieder aus dem Gläschen rausfischen. Also, habe ich richtig gut gemacht. Also, seid euch immer sicher, wenn ihr die zusammen mischt, die Farben, dann seid euch da hoffentlich bewusst. Falls ihr irgendwas vergessen habt, dann müsst ihr diese aus diesem Glas wieder rausfischen. Aber ich habe es hinbekommen und fand es jetzt dann auch gut. Und hier ist meine letzte Farbe, die grüne. Und da sind nicht ganz so viele Parts. Und, ähm, ja. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das so ein bisschen was gebracht hat. Ich weiß, es war diesmal nicht ganz so viel zu sehen, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil das natürlich eine Diawei-Technik ist, ähm, um etwas zu machen, was halt auch hübsch ist. Ist halt manchmal dann nicht ganz so viel zu sehen, das weiß ich. und, aber ich hoffe, ich hatte, Hilfe, ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr seht selbstverständlich gleich noch das Ergebnis dazu. Wie gesagt, ich mag es, ich werde die Karten auch verschicken. Ich hoffe, diejenigen freuen sich dann darüber auch, dass es da so ein bisschen zumindest, äh, ein Teil Handarbeit mit beisteckt. Und, ja, dementsprechend ist das, ähm, halt auch was, was man natürlich, äh, wo man sich immer darüber freut, wenn was Handgearbeitetes verschenkt wird und gesehen wird. Und, ja, und hier seht ihr jetzt dann die Ergebnisse. Ich schiebe da das alles noch zur Seite und jetzt hoffe ich, euch gefällt es genauso wie mir und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann! Tschüss! Bis dann! ¡Gracias! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020